moin moin meine freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen runde let's play trouble terrorist town mit der game or die community heute mit dabei der atta hallo der chris golds wo da hat's geleckt der sponti der lapo hallo das nirchen der scroll ba 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 und ich weiß nicht ob der spont die grad schon draufgegangen ist durch eine granate hat ja das ist hier meine erste map auf der ich jemals mitgespielt habe von daher dat feelings leute ich gebe die runde frei macht euch nieder jetzt sprich das reden wir haben einfach mal meinst du so nö denn aus aufnahmen ordner der existiert nicht ja das ist dumm gelaufen aua steve steve zeig mal deine waffe bleib mal da steve du hast die m16 guckst du dir an war der hat die schalldämpfer ne die hat kein schalldämpfer hast du glück gehabt sonst hätte ich dich jetzt eiskalt umgeschossen ich werde für den oder durch eine tote leiche sponty ist tot oder du nimmst einfach rein ja hier ist irgendjemand ein death ringer ba 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 bren da hinten irgendwo ich lauf einfach weg trawl ist jetzt auf rockebeil unterwegs auf was auf rockebeil sponty sponty ok ich hab ihn schon erschossen gut guter man ich hab mich gerade ein bisschen doppel gehört lapo bist du trader ach komm scheit drück mal auf den knopf links von dir geh mal vor und drück mal auf den knopf du arsch oh ne hier fällt man bestimmt sehr tief ah da machst du platz da warte mal warum ist denn hier blut warum liegt hier blut jetzt blut aber keine leichen und nichts ja das lag vielleicht am ding doch vielleicht hat er jemand ja in die nase blutig gehauen das kann sein schätze ich auch aber auch immer hier lapo 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 und äh sascha ich hätte vorhin den dete abgeknallt der im ding lag warte mal lapo geh mal bitte weg hier ich möchte gerade nicht in deiner nähe sein wo war ich ich rufe den death ringer aus wenn ich selber äh und verrate meinen kollegen ja hätte ich schon gedacht ja du dumpflöde was ich bin egal der raum macht überhaupt keinen sinn hier hey alter schreck mich doch nicht so ich dachte gerade wir schreiten da jetzt alle dicken lapo du hast ja schon mal keinen neuen namen hier beim lapo mensch was denn da los okay lapo was ist da los äh du bist mutig dass du da einfach runter springst wenn ich vor dir wegrennen muss dann riskiere ich alles wie kommt man denn nochmal hier dieses gitter eigentlich aufmachen wie viele trader haben wir denn überhaupt ja zwei glaube ich spontan war der erste ich denke aber gut ich glaube sascha ist der nächste warum bin ich denn jetzt schon wieder trader aus seiner sicht weil ich immer ein schuldigen brauche die trader muss man ja mal ganz ehrlich sagen ja es ist schön dass du oben warst wenn ich jetzt tot bin dann wurde ich umgebracht echt wow alter ja also stevie ist cool für mich wir waren gerade schlafen und kuscheln ja hier ist der beam was soll denn das schon wieder mr beam hallo hallo alter scroll bist bei einem beam rein nee der war in der wand alles nicht du denn wenn er gebackt hätte nein oh shit von mir gekillt ist noch ein detail da meine kresse wieso wieso vertraut mir keiner oh atta da hast du aber ordentlich aufs maul bekommen atta ja leiter sind atta ne dich heilig nicht oha ne hier ist gar keine leiterung es tut mir leid aber du bist für mich noch nicht proven genug naja dann bin ich gleich tot also bin ich frühstück für oder twitter ich hoffe es schmeckt ihm stevie was denn dreh dich mal um werf deine waffe weg geh 5 schritte geradeaus und jetzt spring ins wasser und wasch dich du stinkst hast du dich gewaschen ja auch hinter den ohren was schmeißt du hier granaten rum stevie ne smoke aber die ist ja auch so schlimm und tut dir jetzt auch so weh was soll denn der scheiß jetzt werde ich gleich vom trader wieder erschossen du arsch komm her komm her bleib jetzt hier stehen dass mich der trader wegballern kann damit ihr mal endlich seht wie scheiß dämlich die eure fucking handcuffs sind hihihi nein das f**kt mich an ich werde immer random verhaftet hier in der ecke oben auf dem podest ja komm ich tue dich wieder die handcuff Nee, verpiss dich! Einfach! Boah, das war schwer, ey! Geh weg! Meine Waffen sind weg! Ja, super! Jetzt liegen hier doch überall Waffen rumlappen! Jetzt bleib mal nicht so salty! Nein! So, jetzt bin ich fertig! So, jetzt bin ich fertig! Tschüssi! Ich glaub, Stevie ist das! Stiwi! Stiwi! Sascha, wir hatten auf dich geschossen! Warum ist Atta gehealt? Warum ist Atta gehealt? Weil Chris Gold mich geheilt hat! Ich hab gedacht, es geht nicht! So nicht, Alter! Alter! Lappen, Alter! Komm mal her! Mh, Sascha! Mh, Sascha! Sascha hab ich eigentlich als absolut safe gesehen! Nee, ich nicht! Sascha seh ich niemand als safe! Verbrenne der Hölle! Ich war heute in der Nähe, Atta! Darum konnte ich dich nicht wirklich wegholen! Glaubst du mir jetzt, dass ich eh nur war? Ja, ich glaube dir! Es tut mir leid, dass ich dich gefesselt hab, Lapo! Es hat mir nur so viel Spaß gemacht! Das war eine super Begründung! Ach, Sponti! Nächstes Mal nicht so schnell sterben, okay? Sponti, bist du noch da? Ah ne, der ist gemutet! Sponti, mag ich nicht mit uns reden, wie's aussieht! Guck hier, Mini! Sponti, Sponti! Die Tür geht nach hinten auf! Aua! Das war knapp, du! Nimm mich hoch, geh noch einen Schritt nach hinten! Weiter, weiter, weiter! Ich geh nicht weg von dir! Immer dieser scheiß Dream Day, ey! Wird verfolgt! Wow, wow! Übrigens, eben grad war voll asozial! Ich hab den Friendship Beam durch die halbe Map durchgesetzt und dessen Meter neben mir gespawnt, weil er irgendwo gegen geflogen ist! Ja, aber damit hast du dich voll proven gemacht! Das fand ich voll gut! Ja, war trotzdem nicht geplant! Ich hätte, glaub ich, zwei Leute mit dem Beam wegmachen können, weil da hinten zwei standen! Hätt ich noch besser Handcups gekauft, oder? Scrawleroni, wenn ich die hier so rumrennen sehe! Oh, komm! Fessel mich, Lapo! Ah, da steht er drauf, Alter! Da steht er drauf! Oh, da ist ein Date! Sascha hat die gerade geworfen! Im Arsch hab ich die geworfen! Am Arsch hast du sie geworfen? Was kann der Arsch dafür? Boah, Sascha ist K.O.S. Ohne Spaß, ich hab sie nicht geworfen! Ruhe! Ja gut, dann macht mich meinetwegen, aber ich hab sie nicht geworfen! Das ist dann mega-random! Der Dete hat's gesagt, ich schieß Sascha ab! Guck mal, dass der Dete das sagt, Alter! Du warst nur ne Schrotze, Herrnienchen! Gekauft! Die liegen doch hier bei uns! Ich hab noch keine einzige Schrotze gesehen! Ich krieg immer nur ne blöde Meckeröte! Warum wirfst du da ne Nathan? Alter! Bonky! Ninchen, hast du mit mir geredet? Ich bin gern mit der Wand! Talk to the wall! Bonky! Ah, da ist einer gestorben! Oh, da ist ne Melon oder sowas? Ah, Sascha! Sascha! Ich glaub Sascha war's! Ja, auf jeden Fall war ich das! Das war auf der anderen Seite der Map! Ne, ich denke... Oh! Hier ist Blut! Hier ist ne Leiche! Warte, wer ist das? Guck mal, wie schnell Sascha bei der Leiche war! Guck mal, wie schnell Sascha bei der Leiche war! Als ob der wusste, wo sie ist! Geht's denn hier lang? Ninchen, hier ist das Gefängnis! Ach, nein! Ich hab'n Fehler begangen! Fehler wurden begangen! Ach, cool! Hast das falsche Item gekauft, wa? Oh! Up in den Nether! Wie können wir vielleicht mal zusammenbleiben? Meinst du, das bringt was? Können wir mal zusammenbleiben? Wieso ist denn das hier drauf? Wieso ist denn das hier drauf? Leute, warum? Wo bin ich? Wovon ist es jetzt eigentlich immer abhängig, dass das Gitter zum Nether auf ist, oder nicht? Ich hab's aufgemacht! Ah, okay! Kann man nur als Traitor! Nein, ich bin Detel! Sorry! Ich hab' mich so erschreckt! Es stecken wir beide hier drin jetzt einfach Ruhe! Es tut mir leid! Sascha, es tut mir leid! Es tut mir leid! Ich schieß ja nicht weiter! Ich schieß ja nicht weiter! Spondi ist leider! Du hast wirklich einen auf Verblüff... Verblüff zumindest gemacht! Ich bin wirklich... Alter, ich bin so erschockt! Hinter dir läuft noch jemand! Ich weiß nicht wer, ich hab's nur da gesehen! Ja, Nienchen ist es! Oh, Nienchen, da vertraue ich aber nicht! Wieso? Was hab ich denn das jetzt gemacht? Nienchen, du hast einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf... Angele! Aber Nienchen scheint safe zu sein! Wieso redet der Spondi nicht? Ja! Der ist schon die ganze Zeit gemutet! Achso! Jetzt bin ich ja alleine! Achso! Ich weiß nicht ob er auch tot ist! Der Spondi! Der Spondi! Der Spondi! Weil ich... Oh! Du bist du? Oh nein! Nein! Ich bin nicht zu schätzen! Ich weiß noch nie! Sascha, geh mal weg bitte! Was? Vorsicht, hier ist jetzt auch noch data! Meine Güte! Wo ist Nienchen? Die ist grad durchs Nether Portal gegangen! Gut! Also hier ist die ganze Zeit mit Sascha hier umgelaufen! Ja! Wir haben hier gegenseitig locker wegmachen können! Das ist mal! Gut zugegeben, dass Scroll war auch noch hier mit... Oh nein! Loil! Hier ist ein toter Dete! Ja, Spondi! Guck mal, für die, die das erste Mal hier sind, wenn ihr im Nähter seid, wenn ihr wieder zu den anderen ganz normal zurück wollt, einmal vor und zurück gehen! Spondi hat nen Dead Ringer! Und nochmal reingehen und dann guckt ihr wieder... Spondi hat nen Dead Ringer! Ich hab ihn gerade angeschossen! Komm Spondi! Hast du jetzt schon wieder random angeschossen? Nee, aber der hat nen Dead Ringer! Ja! Deswegen hast du ihn trotzdem drin! Pass auf, Nemiko! Den... 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 Achter, dann sind es nur noch vier beide, oder was? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Nee? Ich habe nur noch dich auf dem Radar, also... Ja, such mich doch. Ja, warte mal. Na, ich komme mal wieder, äh, ich komme aus dem Meter raus. Ja, ich auch. Ah, nee, du. Ah, nee, du, 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 den redet er gerade nicht. Ja, äh, wir haben uns aber auch extrem dämlich angestellt. Sascha, habe ich dich wirklich mit der Sniper noch mal gehittet? Ich wollte schießen, aber ich habe mich immer gekillt. Du hast mir 30 Damage gedrückt gehabt da im Nether. Ja, aber das war aus Versehen. Ja, das weiß ich, sonst hättest du wohl weiter geschossen. Ich, ey, hätte ich das gewusst, dass du schon wieder Trader bist. Ey, ich hätte dir meine Sniper in den dunklen Teil deines Körpers gedrückt. Ja, nee, ich wollte Kinder unter 18 Jahren keine Angst machen. Kinder unter 18 Jahren, alles klar. Also, liebe Leute, passt auf, wenn der Sascha bei euch vor der Tür steht, dann wisst ihr, dass irgendwas nicht richtig ist. Warum kann ich die Sniper nicht raus? Willst du uns rauslassen? Ja, haben wir gerade aufgemacht, Moment, noch mal. Okay, Knast haben wir da hier? Danke. Oh fuck, oh fuck, warte mal. Jetzt vorsichtig ins Wasser. Okay. Na, komm, komm aus hier. Oh, Mann, Alter, Sascha. Ich bin geil, ich bin der Lied. Wow, Alter. Wir beide haben es so gerne in einem Raum, können wir das. Ich will es nicht wissen, Leute. Scrawl, zieh rein. Inspektor, fass mich nicht an, hat das Gesamtpaket gekauft. Alles klar. Da, 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 da. Hat schon jemand geschossen? Ja, ich weiß nicht. Hallo, Chris Gold, alles klar? Ich hab auch die Platte geschossen. Doskias und Munchkin sind in der Eingangshalle. Schön für die. Hallo, Lapo. Ja, die Frage ist, ob Munchkin vielleicht dazukommen möchte. Nee, jetzt nicht mehr. Ja, da. Wir sind gerade mitten in der Aufnahme, warum ist denn hier so? Aber Scrawl ist auch schon diverse Mal da einfach dazugekommen. Ja, ja, Sascha, warum so? Ich weiß ja, die findest du ja auslegen. Hast du, hast du irgendwie heute am Salzleckstein gelegt? Ich hab doch nur gesagt, dass du hin und wieder mal in der Aufnahme dazu gekommen bist. Nee, nee, Sascha, nee. Genau das hab ich gesagt. Nee. Warum sind denn heute hier so alle aggressiv? So, jetzt dürfte er mich wieder töten. Jetzt hört mich wieder mit beiden Händen an der Maus. Mit beiden Händen an der Maus. Warte mal, ich kann nicht laufen. Hilfe. Ja, hoi, Munchkin. Oh, la, oh, la, oh. Nähchen, Nähchen. Ho! Guten Tag, Herr Munchkin. Hallo, Herr Munchkin. Hallo, Herr Munchkin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hi, Munchkin. Hallo, Munchkin. Hallo, Munchkin. Hallo, Munchkin. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, Munchkin. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Loll. Loll. Auf Wiederruhe. Um es richtig zu machen. Der Eck wird wieder. Soll. Ähm. 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 Wieso bin ich jetzt ins Niedersilberatet worden? Hallo. Das ist nicht. Das war ne Latterbombe. Bibi, wieso bist du verletzt? Waaah. 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 Das halte ich aber für Gerücht, weil Nienchen mich gerade fast gemacht hätte. Waaah. Für'n Geruch? Ein Gerücht. Kein Geruch. Nienchen hat mich gerade fast getötet, jetzt ist er in die Lava geflogen, jetzt kann ich nichts mehr machen. Haaaah. Haben die also geriecht? Fuck. Waaah. 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 Also, jetzt weiß ich wenigstens wie man das Neto aufkriegt. Gut zu wissen. Ja, dann ist ja schonmal gut. Also, Lapo lebt wieder? Nein. Bye, Lapo. Dr. Random 9000 lebt wieder. Hehehe. Der darf nichts sagen, ist so schön. Lapo, du älter Lappen. Alle Trader wollen dich schnappen. Ach ja. Irgendwie sehe ich noch keine toten Leichen oder so. Keine toten? Also, da ist eine. Okay. Ich werde deine toten Leiche. Ups. Wer lebt denn alles noch? Der Atta ist tot. Bad Passwort? Äh, Lapo, nimm mal den. Na, das ist doch nicht. Alter. Eigentlich hättet ihr noch nicht überlegen müssen, weil Lapo war nicht der einzige noch am Leben. Plus Dezis. Ne, Schnauzzi lebt auch noch. Ja. Aber alle Lapo und Stevie waren beinahe noch nicht untersucht, weil sollen wir das ja wissen. Lapo war wieder gelebt. Ja. Der Christ hat mich gerätzt. Er hat es auch angesagt. Ja. Das ist wahr. Ich habe gedacht, der Spondy lebt auch noch. Ja, hat er auch. Der lebt auch noch. Der lebt auch noch. Der lebt auch noch. Der stand auf Calm Nether rum. Ja. Also Lapo, äh Sascha, ich habe dich nicht getötet. Ach du machst das nicht. Ne, mache ich nicht. Während wir aufnehmen und telefonieren ist. Ja. Kann ich auch nicht da jemandem auch einiges rauslassen, bitte? Warte, ich komme. So. Warte, wo bist denn du? Niemand hat dich abgeknallt. Was haben wir? Ach, was haben wir? Ich war sicher im Deeten. Ich war sicher. Ja. Das ist der gleiche Pluspunkt hier beim Deeten, ne? Kleiner Camper. Ja, hier. Du kriegst gleich einen Headshot. Ja. Nienchen ist Traitor. Ne, Miko. Oder Nienchen. Besser gesagt, ich habe hier volle Kanne auf deinen Kopf gezielt. Und du bist halt einfach weitergelaufen. Ich habe geschossen. Oh, Atta. Was? Nein, ich habe nicht geschossen. Hier, Atta, hör mal. Atta, hör mal. Nienchen hast du wieder geschossen. Nienchen wieder. Nienchen wieder. Die ist ja nicht verschossen. Jetzt auch? Nein. Ey, Chris Gold, du hast wirklich einen blauen Pass, oder? Atta. Steve hat geschossen. Steve hat geschossen. Jetzt hast du geschossen. Na, Sascha. Hä? Sascha brah. Sascha brah. Sascha brah. Brah. Da heilt sich schon jemand. Wir brauchen jetzt schon Heal. Ja, wahrscheinlich jemand, der Sascha brah heißt, oder? Sascha brah. Lapo. Ne, lass mal. Hier ist Blut. Wieso ist hier Blut? Warum liegt hier Blut? Und warum hast du eine Maske auch? Und warum hast du eine Maske auch? Denk mal, du hast immer schon mal gefallen. Warum? Falscher Film? Ja, ich weiß. Das ist leider. Was? Blut? Die Holy Virgin ist doch gar nicht dabei. Sascha, was ist das? Ja, ich wusste es. Komm her, du sch. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Warum schießt ihr mich ab? Prove ihn doch erstmal. Jawohl, Sascha. Mhm, Sascha. Mhm, Sascha. Mhm, Sascha. Mhm, Sascha. Was? Komm mal mit, mein Freund. Du brauchst Heilung, oder nicht? I will burn you in hell. Burn. In. Hell. Is. Sparta. Ich, ähm, bin immer Abstand von dir, wenn das okay ist. Also, der Scroll ist es nicht. Beziehungsweise hätte ich es gesehen, wenn der Scroll ihn nicht in die Lava geschmissen hätte, sondern gerätzt. Hey, ich hab sogar ihn getötet. Wenn ich das mal anmelden darf. Alter. Alter. Kriege ich vielleicht ein Heal von euch? Und ich bin's auch nicht, weil wenn ich's wäre, hätte ich dich gerade abgeschossen, bevor du Sascha in die Lava geschmissen bist. Richtig, richtig. Ja, schätze ich schon. Kriege ich'n' Heal. Ich habe gerade Sascha entsorgt und chas- Shtsch- Sascha schaff dir mal einen einfachen Namen an, bitte. Ich nenne dich nur noch, ich nenne auch diesen ein, dass wirazuje sein. Ja, Stefan fände ich gut. Ach, jetzt darf ich nicht reden, dreieße Stefan. Stefan. Hallo, Stefan. Stefan, Stefan, Stefan. Bye, Santos. Ich spüre den Hass... Ich spüre den Hass aufsteigen in Stefan... äh, Sascha. Wieso rennt ihr mich hinterher, Alter? Geben weg, Alter. Ja, reicht jetzt doch auch wieder mit. Ja, trotzdem macht mir das Sorge, wenn Ende... Schüsse, Schüsse! Sponty! Ja, warte! Ja, bitte? Boah! Wo ist denn Sponty? I don't know, I don't know who... Das gibt's auch nicht, ich brauch grad abdrücken! Gute Arbeit! Sponty, wir haben aber auch irgendwie... Duopack, oder? Und zwar, wenn wir Traitor sind, sind's wir beide. Ich fühl mich wie die beiden Green Ray und Blue Ray Traitor. Das ist echt der Hammer! Die vierte Runde und die drei haben wir Traitor. Atta, du meinst die... Atta, du meinst Blue May Rule? Ich sei froh, dass ich keine Webcam an hatte, Alter. Den Blick hättest du nicht sehen wollen. Doch, eigentlich sehr gerne. Jetzt wünschte er sich, du hättest die angehabt. Nee, ich nicht. Nicht? Achso, ne, ich hab's nicht. Heute nicht. Ich möchte Sascha nicht ungeschminkt sehen. Ich soll nicht schminkt Donnerstag oder was? Der hat vorhin schon geweint, also... Bei Counter Strike hat er richtig hart geweint. Ach, der hat Amy Winehouse. Oh, 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 oh. Manchkin, der war voll nicht lustig. Jetzt kann jemand Trader werden. Oh, jetzt, Leute, da ist schon der erste Gest... Jemand wurde direkt... Ah, Scheiße. WTF, wo ist der Typ hin? Hallo, wer auch immer gerade reingekommen ist? Klappow. Sponzi wurde direkt... Wer ist denn da gerade reingekommen? Ich weiß wie schnell... Ich seh da keinen neuen. Wo? Ey, 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 ey. Wer? Nimm Eko! Dauerfeuer! Okay. Leute, hier hinten. Lapo, Lapo! Aua! Ach, komm schon! Oh nein! Oh Gott! Da steht eine Links neben mir, hey! Na, 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 na. Das geilste war ich auch nicht. Wie mit ausgebreitetem Arm und am Neckflicht. So einer auf Jesus am Kreuz. Geile Schau, Chris Gold! Wir haben Straho! Wer neu reinkam, war Sponzi, der hat auch ein Connection Lost gehabt, sowieso. Hä, war... War... War Nemeko abgeknallt und war nicht mal da. War Nemeko auch Traitor? Alter, ist Sponzi gerade laut bei mir. Rau. Nemeko, du warst auch Traitor? Ich hab die Chance genutzt, als ich gesehen hab, dass Sponzi aufgehalten ist. Ja, dadurch, dass Munchkin dazu gekommen ist... WX war ein Kill, weißt du? Ja, aber... Das Lustige war, ich hab sie dann trotzdem schlussendlich getötet. Ganz ehrlich, ich werde... Random kill. Hunder von meiner... Huni. Oha, oha. Sponzi, warum? Das alles und noch viel mehr... Würde ich machen. Aber ich bin nicht... Ich glaube, ich knall ich so übern Haufen. Kann ich nicht immer alle auslassen? Bist du im Gefängnis? Ich komme. Ich bin so lieb und warum bist du hurt? Weil ich Hunde gefallen bin. Aua! Loll! Ich bin jetzt dreimal in seiner Tete geworden. Ernsthaft? Ich die ganze Zeit... Warte, warte. Ich mach dir auf hier. Ihr Munchkin, komm raus! Ja, ich hab... Alter, ich hab... Ist das schon... Ja, das ist... Ja, das ist... Leute, ich bin übrigens Half-Life. Ich bin grad richtig clever an die Lava rangekommen. Bist du der Entwickler von Half-Life? Ja, man. Half-Life ist klar, confirmed. Oh, no! Ich glaub, ich glaub Sascha ist Trader. Ja... Nein, ich bin grad echt... Echt leider dummerweise in die Lava gefallen. Also, gekommen. Er ist in die Lava gekommen! Ist das nicht zu heiß? Wenn alle reden versteh ich nichts... Was? Magst du mich heilen? Ich bin zu rundbeginn aus Versehen in... Oh... Nämie QS! Ja, klar... Ninkorn ist wirklich drunter gefallen. Er ist wirklich in die Lava reingefallen. Das ist ein bisschen dumm gelaufen für ihn. Und du weißt... Du weißt, wenn ich mal was sage, um Sascha zu helfen, das ist schon selten. Nimm mich jetzt über einen Haufen Ballast. Danke schön. Du bist doch hier der Hauptschwade. Lol. Der Hauptschwade-Lol? Ne, ich hab gerade gerade wieder das Gitter zugemacht. Weiß ich nicht, du kannst es nicht entziffern. Bitte was? Aber ich weiß, wie ich da hinkomme. Du willst mich abknallen? Willst du mich abknallen? Oh Gott. Ich hab irgendwas explodiert worden. Also ich warte irgendwie... Wer schießt denn hier? Da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben, da oben. Du kriegst Gold. Auf jeden Fall. Da hinter dir! Jawohl! Jawohl! Traitor-Runde des Todes! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich bin auch eine Melone für der rechten Rast gestorben. Ey, ich konnte gerade nichts machen. Ich bin ja aufgenommen und konnte sie nicht benutzen. Ich konnte sie nicht aufholen. Sascha, das war richtig gut. Das war eine neue Runde... Tr... äh... Tr... Schaut bei den anderen Leuten vorbei. Die Verlinkung ist in der Beschreibung. Die Beschreibung ist in der Verlinkung. Alter, ich bin heute echt durch. Wir danken auf jeden Fall vielmals fürs Zusehen. Und würden uns freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Haut rein! Bis die Tage! Ciao! 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 Ciao!